Servus, Jannik. Was verdient man als Spannungstechniker in der Lehrzeit? Ich bin jetzt gerade im ersten Lehrjahr. Ich bekomme 870 Euro, im zweiten Lehrjahr 1100 Euro und im dritten 1350 Euro auf die Hand. Gibt es bei euch in der Firma eine Prämie? In der Berufsschule bekomme man mit einer Auszeichnung 250 Euro, bei der Lehrabschlussprüfung mit der Auszeichnung 600 Euro. Und wenn die Firma die Jahresziele erreicht, bekommt man oben drauf auch nochmal eine Prämie.